Willkommen zum Ars Electronica Home Delivery. Heute möchte ich euch zeigen, wie eine PCR funktioniert. PCR ist ja gerade etwas brandaktuelles und wird in vielen Laboren gebraucht, nicht nur für Pandemien, sondern auch für die Aufklärung von Erbkrankheiten und viralen Infektionen. Man liest ja immer sehr viel von PCRs in den Medien, aber wie das wirklich funktioniert, das kommt nicht so klar raus in der Zeitung und deswegen haben wir gesagt, wir machen es einfach mal praktisch und filmen es. Also springen wir gleich hinein ins Geschehen und machen eine PCR. So, diese Zutaten, die wir brauchen sind die Polymerase, ein Puffer, die Primer, sogenannte Lesezeichen und DNTPs, die Bausteine der DNA. Polymerase ist ein Enzym, das wir aus Bakterien geklaut haben und damit können wir DNA vermehren und wenn sich die DNA vermehrt, können wir damit Signale bekommen, um zu sehen, dass die originale DNA drinnen war. Für das sind dann unsere Primer zuständig, die bestimmen genau, welches Stück der DNA vermehrt wird und welche Länge dieses Stück hat. So, zuerst laut Anleitung nehmen wir einen Mikroliter heraus. Das heißt, wir brauchen einen Mikroliter jeden von jedem Primer. Da tut man sich schon relativ schwer, als nicht geübtes Auge das zu sehen, also eine sehr, sehr kleine Menge. Der erste Primer ist drinnen, jetzt geben wir den zweiten dazu. Durch diese Primer wird jetzt unser Abschnitt der DNA bestimmt, den wir auslesen wollen. Dazu fehlt jetzt aber natürlich das Template, also die Vorlage DNA. Das kann zum Beispiel eine Probe vom Speichel sein. Kennen Sie vielleicht aus Krimi-Filmen, wenn man mit so einem Baumwollwattestäbchen einen Abstrich macht und den dann in Flüssigkeit gibt, dann befindet sich die DNA darin. Das haben wir hier. Das ist einfach eine Probe mit ein bisschen Speichel drinnen, verdünnt in Wasser. Und hier reicht auch wieder eine ganz kleine Menge, ungefähr, also ich nehme hier wieder einen Mikroliter heraus, also ein Tausendstel Milliliter oder ein Millionstel Liter und gebe das dazu. Dann müssen wir etwas Wasser dazugeben, einfach um dem ganzen Platz zu geben. Im Englischen nennt man das auch das Holy Water, also PCR-Wasser, also ein sehr, 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 sehr reines Wasser, sehr, sehr destilliert und DEPC behandelt, um quasi alle Enzyme, die darin sein könnten, zu inaktivieren. Dann geben wir noch die richtigen Metallionen dazu, zum Beispiel Magnesium. Das ist sehr wichtig für die Enzyme, auch in unserem Körper. Hier haben wir jetzt unseren Puffer mit den sogenannten Co-Faktoren für die PCR. Was uns jetzt noch fehlt, natürlich die Polymerase, also das Enzym, das die DNA dann vermehrt. Und zu guter Letzt natürlich noch die Bausteine, um neue DNA zu produzieren. Das sind die DNTPs, wie wir sie nennen. Also wer sich vielleicht aus der Schule noch erinnert, das sind ATP, TTP, GTP und CTP, also die vier Nukleotide der DNA. Und jetzt kann ich sie in die PCR-Maschine hineingeben, also den Thermocycler, wie man den in der Fachsprache nennt. Und dann ändert der die Temperaturen so, dass das Enzym funktioniert. Das heißt, unsere technische Maschine macht eigentlich gar nichts, außer dass es die Temperaturen verändert. Und die ganze Arbeit, das Kopieren der DNA, macht das Enzym aus einem Bakterium, das Protein. Und jetzt dauert die PCR ungefähr 38 Minuten und dann hat das dieses kleine Stückchen vermehrt. Je nachdem, wie lange die DNA ist, die man vermehren will, kann das zwischen einer halben Stunde dauern, vielleicht auch zwei Stunden, manchmal auch sechs Stunden. Nachdem die PCR fertig geworden ist, nehmen wir dann das Gefäß raus und schauen uns das Resultat auf einem sogenannten Gel an. Wir geben dazu noch einen sichtbaren Farbstoff hinzu, dass wir mit freiem Auge sehen können, wo die Bande hinwandert. Das ist ein Gel von einer Konsistenz ungefähr von Gelatine. Ich glaube, man kann auch Gelatine theoretisch verwenden. Hier verwenden wir Agarose. Man sieht hier an dieser Box einen positiven Pol und einen negativen Pol und die DNA wird vom Positiven angezogen. Das heißt, ich gebe meine DNA hier herein und sie wird durchgesiebt durch dieses Gel. Dann haben wir noch einen Laufpuffer, der den Strom weiterleitet. Man versucht halt, das Gel schön zu bedecken. Und in diese Löcher da in der Agarose gebe ich meine DNA hinein. Zu guter Letzt geben wir noch einen Standard hinzu. Also DNA mit bekannter Größe. Dann können wir die Größe des Fragments abschätzen. Natürlich wieder diesen Farbstoff hinzugeben, der die DNA auch beschwert. Und dann tragen wir schon diesen DNA Größenstandard auf das Gel auf. Und jetzt starten wir den Strom. Das ist hier gesichert, weil da sind 97 Volt drauf. Und weil da jetzt Strom durch diese Flüssigkeit fließt, steigen diese Bläschen auf. Es gibt übrigens auch Leute, die haben sich so eine Gel-Elektrophorese-Box zuhause aus einer Margarinedose gebaut. Okay, und hier sieht man jetzt schon, wie die Banden gelaufen sind. Diese Farbstoffe hier, die sind natürlich nicht die DNA, sondern man sieht quasi nur, wo ungefähr die DNA sich befinden könnte. Und jetzt können wir noch die DNA selber sichtbar machen. Durch dieses blaue Licht wird die DNA angeregt, dass sie leuchtet, also der Farbstoff, den wir verwenden eigentlich. Und jetzt sieht man aber nichts, wenn es nur blau ist. Das heißt, ich muss einen Filter drauflegen, diesen orangen Filter. Und dann sieht man hier diese grünen Banden, diese grünen DNA-Banden, dieses grüne Leuchten. Das ist dann wirklich die DNA, die mit unserem Farbstoff eingefärbt wurde. Und auf der inneren Seite hier sehen Sie diese verschiedenen Stricherl. Die sind halt bekannte Größen. Also dieses ist der Lambda-Hint-Marker. Da sieht man 2.000 Basenpaare hat eine Bande, ein bisschen mehr. Und eine Bande hat 9.000 irgendwas. Und unser Fragment hier kann man dann abschätzen, in welcher Größenordnung es sein wird. Weil es ja gleichzeitig vom selben Startpunkt wegläuft. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Es war interessant, mal bei so einer PCR dabei zu sein. Und wenn Sie Interesse an solchen brandaktuellen Themen haben, dann kommen Sie doch mal vorbei im Mars-Elektronica-Center, beziehungsweise abonnieren Sie unseren Kanal. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Servus. 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 Servus.